Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Man mit Hardy und Dennis und mir den Piet und wir können uns endlich wieder schlagen. Und du hast gerade das Endwort gesagt, Peter, deswegen mussten wir die Aufnahme nämlich nochmal neu schlagen. Nee, ich war das nicht. Das war ja unser geiler Höhle. Ich möchte die Regeln vorlösen. Ja, bitte. Ja, und wir spielen natürlich Sky Park 2. Natürlich ist das eigentlich nicht, aber das ist der Nachfolger einer Map, die wir schon mal gespielt haben und die wir tatsächlich nicht geschafft haben, wenn ich mich recht entsinne. Ja, was heißt nicht geschafft? Wir haben ja schon öfter Challenges in dem Sinne nicht geschafft. Ja, das stimmt eigentlich. So, Level 1, Noob-Test. Ja, das steht doch nur Bullshit. Ja, Alter! Das steht nur Bullshit. Post your death count and your level you reached before you killed, bla bla, Parkour, Hall of Fame. Ja, komm. Every jar single jump is possible, don't race. Hast du gehört, Hardy? Ja, die Fresse. Ich f*** dich. Okay, komm. Ja! War ich jetzt was gesagt? Ich wette, der verfolgt mich gerade, der Pella. Ich wette, der verfolgt mich. Was? Tue ich gar nicht. Wuuuuh! Du kleine Hure. Ich bin Peter. Ey, mach mal Checkpoint, vielleicht funktioniert das hier. Lass erst mal auf Checkpoint drücken. Ja, willst du ausprobieren? Das wird sowieso nicht funktionieren. Ja, wahrscheinlich nicht. Ah gut, hast direkt ein paar Betten, alles klar. F*** dich. Jetzt kannst du einen Abflug machen. Ah! 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 Nein, 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 nein. Ja, jetzt kommen wir jetzt. Nein, 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 nein. Ey, was ist da los? Ich kann mich alle mal am Arsch linken. Ja, in der Ecke. Überstanden. Überstanden, Leute. Übrigens, Betten abbauen machen wir direkt von Anfang an klar. Gilt nicht. Also, hier wird hier nicht jemand runtergeschlagen und Betten wieder abgebaut. Was heißt denn gilt nicht? Was passiert denn, wenn du das machst auf die DWE-Stift? Ja, das ist halt eine Regel. Wir haben noch nie eine Konsequenz gehabt, wenn man sich nicht daran hält. Ja, das stimmt. Dann sagen wir du, du, du. So, Level 2 und Edge-Difficulty. Ich will nicht vorgehen. Hatte ich immer vor. Ja, also einigen würden es nach. Ich habe jetzt voll krank. Er ist verrückt. Ja, warum bin ich verrückt? Ich habe einfach nur Schiss vor euch, kleinen Batschaden. Lol. Gar nicht, Snoop. Nee, nee, ich bin kein Noob. Da stand nämlich Difficulty 1 von 10, ja? Also nicht 0 von 10. Warte, ob ich mich denn da selber gehöre? Jawoll. Kein Ding. Na, Fehler? Nein! Putter! Alles safe. Läuft. Jetzt brauchen wir wieder Betten. Jetzt müssen wir wieder auf unser Bettenmeister Hadi warten. Wobei, der hat wahrscheinlich keine Betten mehr. Da muss ich uns mal kurz welche besorgen. Ich bin auch gerade schon wieder verraten. Ähm, wo waren denn nochmal Betten? Nee, hä? Jungen, ist hier überhaupt schon Checkpoint? Ja, Level 3 ist hier vorbei, oder? Ja, ist ja gut. Sorry, dass ich gefragt habe, Junge. Ja, wobei, wir können uns auch unten Betten setzen. Wäre viel klüger eigentlich. Aber ich frage mich trotzdem gerade, wer Betten nochmal sind. Nee, ich bin hier oben. Hier oben. Ja, aber hier ist kein Schalter mit Set Your Spawn. Das darf doch echt nicht wahr sein. Hast du halt immer noch nicht geschafft? Nee. Das ist aber echt scheiße, muss ich ja mal so sagen. Ich habe Betten schon gefunden hier. Ja, das ist gut. Nein, Bram, hier ist kein Schalter mit Set Your Spawn. Ja, aber hierfür beginnt doch Level 3. Ja, aber hier ist kein Schalter mit Set Your Spawn. Ja, eben. Eigentlich dürftest du da noch gar keinen Betten setzen. Takepoint. Set Your Spawn. Also fuck you. Ja, dann müssen wir da hinten machen. Nicht hier. Ja, gut. Ja, gut. Okay, alles klar, wenn du dazu möchtest, wäre da kein Problem. Das wäre halt jeder. Aber unsere, unsere... Wenn du das unbedingt willst, dann machen wir das. Ja, perfekt. Unsere Kernregel war, wer die Challenge geschafft hat, darf nicht mehr schlagen. Das haben wir aber immer gehabt. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Bram, kannst du mich auch nicht? Ach so. Fuck. Wo bin ich denn? Ah, fuck. Fuck. Hat er euch da einmal weggesnackt, ey. Das Geile ist, ich habe Adi auch gekillt. Du musst das jetzt nochmal machen. Das ist jetzt mal sneaky. Wieso ist Adi da gespawrt? Weil ihr den Checkpoint gesettet habt. Ach, jetzt funktionieren die auf einmal. Das ist natürlich Pech jetzt. Das heißt, wir dürften jetzt Checkpoint nicht... Ach, wir dürften den Checkpoint jetzt also nicht setzen, bevor... Ist ja unser Fehler gewesen, Bram. Äh, bevor... Ja, gut, aber das heißt, was willst du denn machen? Ich meine... Wir hören aus. Wir hören aus. Also machen wir halt quasi, wenn man den letzten Sprung gemacht hat. Wenn man von da aus den Checkpoint erreichen kann, damit man halt sich nicht hier runter schlägt, weil... Wer hat die Scheiße? Wenn zwei hier warten, warten auch auf einen, aber keiner mit dem Checkpoint drücken. Ja, aber was machen wir denn dann? Ich würde sagen, wir haben ja die Regel wie früher. Wenn du den Checkpoint erreichen kannst, ohne zu springen... Ja, das Problem ist, wenn jemand anders dann runterfällt, dann spawnt er beim Checkpoint. Der Checkpoint wird ja immer direkt für alle gesetzt, nicht nur für einen. Nein, genau... Ja, genau, deswegen meine ich ja. Wenn du halt hier angekommen bist, musst du den noch gar nicht drücken. Weil... Du bist ja safe. Weil du selbst wirst ja nicht geschlagen und du darfst auch keinen mehr schlagen. Achso, dann machen wir das jetzt, dass wir dann keinen mehr schlagen dürfen. Okay, alles klar. Genau. Und die Sache ist halt, wenn du doch jemanden runterschlägst, ja, dann musst du halt selbst die Challenge nochmal machen. Okay, alles klar. Alles klar. Sounds legit, oder? Ja, legit. Dann kann ich... Dann kann ich mich ja nicht mal rausreden, leider. Glaub ich. Oh Mann. Ich glaube, Hardy hat heute die Inkompetenz-Poly 3000 geschluckt. Oh fuck! Ja, Peter auch. Echt mal, Peter. Vor allem, weil da steht, nicht hier lang. Hab ich nicht gelesen. Nur das steht da ein Schild. Ich weiß nicht, was da draufsteht, weil ich direkt anders gelaufen bin. Alles gut. Der hat Bram Apfel gemacht. Das stimmt nicht. Jetzt will ich aber wissen, was da draufsteht. Ich hab heute bei Wild D gelesen, dass die erste Marihuana-Torte gekommen ist. Oh Gott, ich wusste, dass du damit anfängst. Ja klar, fang ich damit an. Warum auch nicht? Oh, Hardy. Oh, Hardy. War aber ganz schön nubig, ey. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Scheiße, Kobo-Sprung. Oh, jetzt Dropbox. Ich muss Dropbox ausmachen. So. Ja, sagst du jetzt dazu? Ja, man sollte das... Wie geht deiner Mutter denn? Die ist tot, hast du gehört? Das wird aber keinen Sinn machen. Ja. Konnte sie sich mit Jesus und Petrus arrangieren, ja? Wahrscheinlich, ja. Obwohl sie eigentlich heile ist. Die gute Heile. Mach du da nen Abgang. Machst du da nen Abgang. Was, ich snack dich da weg? Nee. Ich hab das Wort nicht mal geschafft. Scheiße. Peter. Ich darf dich nicht mehr schlagen. Wenn da oben der Checkpoint... Du darfst... Du darfst nicht mehr schlagen. Ja. Wenn da oben der Checkpoint ist, ohne dass du da hinspringen musst und du schlägst mich mehr, dann musst du das alles nochmal machen. Das ist dir klar, ne? Oh. Das ist mir klar. Ja. Aber vielleicht lügt er nicht ran. Vielleicht geht's da ja noch weiter, Hadi. Das weißt du ja nicht. Tja. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich würd dem ja nicht vertrauen. Guck mal. Guck dir allein mal die Locken von dem an, ja? Was ist eigentlich... Ich mein, Hadi hätte mir jetzt theoretisch... Wenn der mich jetzt geschlagen hätte... Ja. Der wusste das ja noch gar nicht hundertprozentig, dass da oben der Checkpoint ist. Ja, das ist ja Pech. Ah, okay. Na, warum? Na gut. Oh mein Gott. Das war ja jetzt... Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Checkpoint da ist, weil ihr hättet euch gegenseitig geschlagen. Na ja, der ist da natürlich auch, also... Ah, die würdest du mich schlagen, juckt ihr in der linken... Äh, in der linken... Nein, aber... War das nicht so oder so immer so, dass der... Also, quasi unser Rutschmissreder war doch immer, der, der im Ziel ist, darf halt nicht mehr schlagen. Aber, ich mein, gut, wenn du im Ziel bist, dann wirst du noch von dem geschlagen, der noch auf der Map ist. Hat mir niemals zugesagt, oder? Ja, das Problem ist... Das Problem ist, wenn derjenige, der noch auf der Map ist, quasi, wenn du jetzt hier an der Leiter bist, bist du ja am Ziel. Dann musst du ja nicht mehr springen bis zum Checkpoint. Ja, das heißt, du darfst nicht mehr schlagen, aber ich dürfte dich doch mal schlagen, oder? Ja, von da aus ja, aber nicht mehr von der Leiter. Weil dann bist du ja selber am Ziel. Achso, ne, ne, ich weiß, ich meinte ja auch von hier aus. Ja. Gott sei Dank, F. Ah, wunderschön. Ja, das war jetzt nix. Wir wetten, weil jetzt funktioniert der Checkpoint wieder nicht mehr. Lol. Ich hab dabei einen Abflug gemacht. Hab dabei einen Abflug gemacht. Schon gemacht, oder was? Ja. Du grüner Mann. War jetzt auch nicht so schwer, wenn man ganz ehrlich ist, aber irgendwie hab ich es verkackt. Was, hab ich geschlagen? Ne, ne, hab ich den letzten Sprung verkackt. Oh, le- Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Pfff. Erstmal hart am Inkompetenzen. Er war richtig krass am rumkompetenzen, Inkompetenzen. Na, so. Oh, nein, endlich, ey. Alter. Ist das ein Sack. Ohne Spaß. Bist du ein- Du bist eine römische Verräter-Sau, du mieser Wichser. Du mieser Wichser, ey. Was ist denn da auch steht und nix tut? Und- Mach, mach, geh mal lieber weg, ja? Richtig. Ja! Boah, Alter. Auch heute bin ich so scheiße. So, das war's mir wert. Hab ich das richtig verstanden, dass da hinten gar nicht der Checkpoint war? Ja. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. You are doing well. Let's change. Wir haben gesagt, wir müssen den Checkpoint erreichen und nicht den Scheißen sich dann leveln beenden, wa? Das ist natürlich echt so scheiße, der die Harni grad, die Harni grad direkt gegen mich verwendet hat. Ja, das ist wohl wahr. Ach, da hinten ist der Checkpoint. Ja. Scheiße! Fick dich. Wie ist denn das im Sprung? Wenn ich noch nicht da oben drauf bin. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich mir gar nicht mehr Gedanken darüber machen. Jetzt darfst du mich nicht mehr schlagen. Ich darf nicht noch schlagen. Ja. Ja, so gesehen schon. Äh, das ist jetzt halt die Frage. Du darfst mich nicht schauen. Das ist die Frage mit dem Sprung aber auch. Wenn er noch nicht auf der Plattform ist. Aber im Sprung. Ah, weil ich was da kacken. Alles klar. Alter! Wieso hast du mich jetzt geschlagen? Ging doch los, neue Challenge, oder nicht? Dort ist die Kiste. Ja, ich bin aber nicht dran. Es ist der Regelsatz so. Ah, ok. Na gut. Wir haben noch den Challenge. Wir haben noch den Checkpoint. Von hier. Ja. Ja, hau mich, weil ich glaube, es auch so hängt. Ich, ich führe. Ich, ich führe. Alles klar. Nein, nein, nein. Wo kann man eigentlich seinen Deathcounter einsehen? Mir wurde in der, in der Videobeschreibung, ach Quatsch. In der Map-Beschreibung steht, dass der Deathcounter mitgezählt wird. Oh, du bist so eine Hure, Peter, ganz ehrlich. Aber so ein richtig billiger einfach. Ich mach alles für'n Nickel. Was? Ja, billige Hure. Ich, ich führe. Mach ich jetzt Hadi. Ja, echt jetzt. Nein! Du Hure. Komm, mach nen Abflug. Das giss man nicht. Was auf euch, ey. Nein! Na, die kann mit einer auch mit den starken Schlägen, du Lutscher, ey. Ich seh nix mehr. Guck mal, da ist hinter der Ecke. Ja, ich weiß. Ich dachte, ich könnte mich da schnell genug reinsetzen. Denk man, wir sind voll in der Mauer. Komm, Hure. Komm, Hadi, verdrück dich. Ja, okay. Oh, oh. Das war zu langsam. Ich bin nicht gerannt. So ne Scheiße. Der hat mich weggefickt, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Der kommt immer so sneaky-mäßig von hinten, ey. Wie so'n schwuler Ninja. Oh, nein! Nein! Ey, das gibt's doch überhaupt nicht! Wollen aber nicht so rum, ey. Röder, Mann, ey, schau rup, lol. Nice, Adi. Das ist voll schwierig hier. Jetzt mal ganz im Ernst. Mal ganz im Ernst. Boah, leck mir doch den Diagon. Mann. Das gibt es nicht! Jetzt reicht's aber! Die... Das... Also... Jetzt ist aber Feierabend hier! Das ist meine Fresse. So. Ja, das heißt, es macht wieder einen Siegerruck. Aber der ist nicht mehr so übermächtig wie sonst, wa? Ah, doch. Pass mal an. Das... Wird sich verlieren. Ey, ich schaff das halt nicht! Ja, weißt du, ich hab dich nicht gesehen, oder was? Nein! Jetzt bin ich runtergefallen! Ohhhh! Yay! Lol. Ich hab meinen Tod nur vorgetäuscht. Wie Dumbledore, weißt du, weil am Ende steht er ja noch mal auf. Ich weiß nicht, ob das letzte Buch immer noch nicht gelesen. Ja klar, Junge, der steht wieder auf und fängt da richtig an abzudancen, Junge. Scheiße! Weißt du, dann kommt Snape auch noch mal und dann geht richtig ab, dann gibt's ein geiles... Jetzt seh ich nix mehr! Du Motherfucker! Kann nicht wahr sein, bekommt der davon mal her. Ja! Boah, Junge. Scheiße! Alter, du hast so einen Schwung gehabt, ey! Aber leider fehlte mir Ha, gemacht das gerade